Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Heroines Quest. Wir sind hier in einer Taverne, haben jede Menge neue Informationen bekommen, haben ein paar Aufträge angenommen und sogar weiter fortgeführt. Wir sind jetzt im Besitz von einem Brief. Ich vermute, das ist ein Liebesbrief. Let's receive a letter to live in Munnarwagia. It's a niggle will wait. Wir werden aber jetzt erstmal was essen. Wir können es mal hier schauen. These are edible roots, nourishing but not very tasty. You carry two of these. Together they wait four Merkur. Okay, die wiegen also zwei. This meat will feed the edible a treat. You carry three of these. Together they wait nine of Merkur. Also drei wiegt einer davon. Dann nehmen wir eins davon. Und nom 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 nom. That tasted good. You no longer feel like you're starving. Still feeling a bit weak from your ordeal. In the snow you feel it would be good to explore the city some more. Then have a good night of sleep in the adventurous guild house. Ja, also wieder eine Quest erfüllt Nahrung finden. Wir werden auf jeden Fall weiter uns hier umschauen. Und erst dann pennen gehen. So, wir wollen etwas über dein Spiel erfahren. So, vielleicht hätten wir... Moment. Ähm... Wir wollten einen Testroder anlegen im letzten Video, haben wir das gesagt? Und... Das kennen wir schon. Hahaha. Okay, help ist schon mal gut hier. Der Name ist called Odin's Dice. Wir nehmen turns bett und wer hat die beste Rolle gewinnt diese Runde. Das ist ein Spiel, duhst du? Mhm. Auf deinem Turn, du kannst wählen. Erstens, du kannst einfach bett eine Runde und deine Runde enden. Oder zweitens, du kannst re-rollen eine Runde oder mehr Runde, für die du zwei Runde. Okay. Finally, du kannst in zwei Coins in die Runde, um herauszufinden, und enden die Runde. Simple genug, ist es nicht? The Raven means Odin and Mimir's friend. Three Ravens ist die beste Rolle. The Hammer stands for Thor, the Earth Warder. So, three Hammers ist die second best. These Runes hier representen Asgard. Three Runes ist die dritte beste Rolle. Followed by one each of Raven, Hammer, and Rune. One of each, wir call it Midgar. Then, you could roll two Ravens, two Hammers, or two Runes. Or merely one Raven, Hammer, or Rune. The blank sides of Dai are useless. You don't want those. Shall we try? Your coin against ours. Also, so können wir auch was Geld machen. Okay. Dann würde ich gerne was setzen. Aber ich muss erst einmal würfeln, um zu sehen, was ich habe, ne? Also, Rabe bringt mir was. Dann... Würde ich gerne nochmal neu machen. Fatsch. Was war Fatsch? Das ist Fatsch. Einfach nichts machen. Ne. Ich kann den hier und den hier auswählen und kann jetzt sagen, ich will die rollen, richtig? Genau. Schade. Ja gut, aber jetzt habe ich von jedem einen. Das war doch auch irgendwas gewesen. Habe ich das richtig? Ach so. Rabe war auf jeden Fall gewesen. Das ist das wertvollste, drei Stück davon zu haben. Dann das zweitbeste war dreimal den Jolnir, den Hammer. Und dann gab es dreimal, glaube ich, das hier. Oder von jedem eins. War auch was wert. Ich glaube, ich erhöhe jetzt. Ansonsten können wir... Ja. Cool. Hast du schon mal Asgard gesehen? Das ist fantastisch! Was ist das? Der schweigende Star von Yann Bader. Schau dich rund um dich und ich liebe es, Bill und seine Geschichte. Obwohl es jetzt kalt ist, könnte man sicherlich einen von Thor-Giants-Slayer-Slayer benutzen. Das haben wir doch schon gefragt. Das hat er doch schon erzählt. Aber da kommen wir nur zu Hava, deswegen bleibt das weiß. Habt ihr zu Munarvigir? Die Stadt Munarvigir hat unter Yarl Ilfin's Protected. Es liegt am Süd-East von hier. Wahrscheinlich, dass jemand mit heralischen Asperationen sich durch Yann Bader zu retten, um sie zu bekommen. Gib ihnen meine Begrüße, wenn du es machst. Mhm. Ist das vielleicht nochmal wichtig? Wo nehmlich? Close to deck. Okay. Grab. Helgi. Nebendeck. Irgendwelche zwei alte Abenteurer, die gestorben sind. Nicht, dass ich dich ausbuddeln muss, à la Mankyite. Viel Voodoo-Magie. Lass uns über die Woodlands sprechen. Wenn du möchtest, über Yann Bader zu hören, dann kommen wir in der Runde. Als Kapitän Vigard, ich höre alles, was nicht im Spiel. Sind die Trollen gefährlich? Ja. Wahrscheinlich, ja. Für alle. Aber für die größte Experten. Seine größte Blut ist leichter, weil du siehst, sie von einem Meter entfernt. Aber wenn sie etwas blockieren, sind sie schnell, um einen Counterattack zu machen. Sie sollten bereit sein. Seine Wände haben eine Tendenz, während sie kämpfen. Seine größte Blut ist eine hohe Weapon, die große Gäste macht, wie ein Battleaxe. Lass uns später sprechen. Sie sollten hier mit uns bleiben bleiben. Er präsentiert, dass du ein Held bist, wird dich nur getötet. Nö. Wir sind Helden. Wir müssen weiter. Außerdem müssen wir schlafen und den nächsten Morgen abwarten. Oh, wer ist das denn? Ja. Und ich habe keinen Speer mehr. Kann ich ihm einfach was zu essen geben? Was? Ich liebe Tiere. Na ja, gut. Endurance geht hoch. Das ist sehr schön. As the sign of the door indicates, this is a provisious merchant. As the sign on the door indicates, this has been closed for a while. Das ist das Problem. Dieser Laden hat nicht auf. Darum können wir da nichts kaufen. Wieder ein Grund, warum wir direkt am Anfang auf die Jagd gehen müssen. You wave at the snowman. It may be just a trick of the wind. But you think that one of its arms moved the wave back to you. Aha. Der lebt. Hallo. Kann ich mit dir reden? It doesn't respond. How cold? Jetzt sehen wir hier oben, die Kälteanzeige ist wieder da, da wir gerade etwas länger da gewesen sind. In der Kneipe ist sie nicht direkt gestartet. Hier wohnt der Jarl vermute ich. The bright banner shows the crest of Forzingtuna, a golden crown surrounded by three stars. Two finely carved statues of wolves adorn the entryway to the castle, as the wolf is the family emblem of Jarl Ilfing. However, as we recall, the coat of arms shows the griffon to represent their region of origin. There was two. One of your Elfing guards stands near beneath, dressed in uniform, bearing the crest of Forzingtuna. Demus bestimmt kalt. How can I help you? Der ist auch einfach nur Gart. Please tell me about yourself. I am a soldier of Forzingtuna, in the fields here of Jarl Ilfing. What is Forzingtuna like? Forzingtuna is the capital of this region, and a powerful trade city between the forest and vast seas. The walls were put up by Odin Greybeard himself, and stand strong against all the wolves and trolls in the region. What can I find in Yarn, Padir? If it is tall tales you want, I suggest you visit the slightly arena around sunset. You look a lot like the last guard I spoke to. Are you saying all people from this country look alike to you? I find that rather insulting. Thank you for your time. You're welcome. What is the problem? Das Spiel ist nicht im Vollbild. Das heißt, ich sehe rechts um mich herum das Windows noch. Und das Spiel startet in, ich weiß nicht was das für eine Auflösung ist. 1600 mal irgendwas wird das wahrscheinlich sein. Mein Bildschirm-Auflösung ist bei Full HD. Also 1920 mal 1080. Und wenn ich hier zu weit nach rechts gehe, muss ich mal aufpassen, dann verlasse ich das Spiel und dann ist natürlich direkt ein Turnstopp drin. Ich hoffe, dass es nicht ein Problem mit der Aufnahme jetzt gab. These parts of Forcing Tuna lie close to the Jarls Castle, the street leading south-east from the castle, squared to deeper in the city. This part of the street is dominated by the Smith. Ich wollte eigentlich ihn angucken. Ah, er hat ja gesagt, dass er nachts irgendwie losgeht. Good luck. Obwohl, warte einen Moment, das war weiß. Das kennen wir schon. Ja, wir haben zwei neue Personen nämlich kennengelernt in der Kneipe. Dann können wir doch direkt mal fragen, was sie von der Wirtin hältst. Was denkst du von Lythrasyr? Lythrasyr ist Freunde mit meiner Mutter. Sie riecht die Tavern, die nahe der Gildhaus, und ich sollte nicht in. Sie schreit oft aus der Tür. Ich denke, dass es ist, weil sie nicht verkahriert ist und sie es missbraucht. Und vielleicht kann sie Snorri heiraten, weil er auch nicht verkahriert ist. Ich glaube, der macht sich auch ein bisschen Hoffnung, der Snorri, aber ich glaube, die hat andere Interessen. Lass uns über Snorri sprechen. Snorri ist ein Wirtin für Yalufin. Er schaut auch nach der Stadt. Und wenn wir einen Tiefen haben, Snorri setzt ihn in den Dungeon. Er erzählt große Geschichten und er hat mir eine schwarze Sorge, um es zu trainieren. Und ich nenne ihn Blutgang, weil ein Sorge muss einen Namen haben. Vielleicht bald wird er mir eine richtige Sorge geben. Okay, das war's dann hier. Wie kann ich dir helfen? Also, du bist die Wache, die genau so aussieht, die ich genau dasselbe fragen kann. Sorry, ich war leiser am Lesen. There appears to be a door here. It looks vaguely door-like, but you're pretty sure it's door after all. Wir können da sogar rein, wie's aussieht. Da ist jemand, der Schmied. Just in case it wasn't obvious from the anvil outside and the frequent clanking noises, the sign shows you that this is a Blacksmith's workshop. Geh mal da rein. Aber das ist natürlich nicht so um die Uhrzeit. It appears that the Blacksmith is away from his workshop and has locked it up. Ja, der ist nämlich in der Kneipe. Okay. Du kannst das nicht bewegen. Aber wir müssen gleich mal irgendwo wieder rein, sonst erfrieren wir. Ah, schön hier mit dem Schnee. In a creative approach to architecture, you find the Blacksmith's house is at the top of his workshop. A wooden staircase leads to the front door, overlooking the streets of the city. Eigentlich wollte ich mir die Nachtlmüll angucken, aber okay. A pair of wood stands outside the house, as if left out to dry. They are lined with fur and appear to be well made, as well as recently used. Shame on you. Those boots aren't yours. Do you really want to go steal other people's food wear? Stehe. Fragezeichen. Das weiß ich nicht. Sollen wir stehen? Wir sind ein ehrenvoller Krieger, ne? You try on the boots and find they fit you well enough. They are certainly warmer than your old boots. Ah, das ist auch ein Punkt. Weil so Gegenstände, die man kriegen kann, wie ein Schal und so weiß, ein Schuh und so weiter, weiß ich, dass man dann langsamer hier das runter geht. Man hält länger die Kälte aus. Das ist blöd. Vielleicht kriege ich die anderweitig so. Deswegen lade ich jetzt mal neu. Und lass sie erstmal liegen. Und wir merken uns, dass sie da sind. A wooden box stands near the door. It doesn't appear to be very interesting. It's just a rectangular wooden and box light. The sum is that the crate is meant to hold supplies or firewood. But the winter has been going on long enough for it to be empty, expect for the snow. Alles zu. Ich vermute, dass wir da einbrechen können bei den ganzen Türen. Wo steht das? Aber dafür müssen wir dieb sein. Glaube ich. Wissen tu ich es nicht. Hey, hallo doggie. The dog looks at you with a friendly gaze, but doesn't otherwise respond. Schade. Wenn ich was zu essen für dich habe. It takes the food from your hand and hungry eats it up. Yay. Dafür gibt es sogar hier Weg einen hoch. Oh, jetzt magst du mich, oder? Garn is happy to let you pet him, but it's too well trained to otherwise respond to you. Ey. Was ist, wenn ich dem immer weiter essen gebe? Wo begleitet der mich dann? Wird das mein Freund? Aber das hat mich ein Essen gekostet. Eine schöne Wurzel. Habe ich jetzt nur noch eine von. Haha. Ob das gut war? Ich weiß es nicht. Für einen Punkt da in dieser Fähigkeit hoch machen, sehr wahrscheinlich war das total doof. The door is locktied. Was ist das denn überhaupt? Was ist das für die Kurschehaus? You find yourself in a secret corner of the Fowsing-Tunar, away from the bustle of the Jarls-Castle. A carefully swept round leads between two somber houses next to the city walls. You are so exhausted that it hurts to move. You had best get some rest soon. Since you ran out of Stammerpons, further exsertion It will cost you hit points instead. Find a safe area and use the rest button to recover your stamina. Oh, ja. Da sollten wir uns ja jetzt mal beeilen. Lebenspunkt verlieren ist nicht nett. Also die Kälte ist ganz wichtig, dass wir die irgendwie wegkriegen. Also wir hätten die Stiefel schon gut gebrauchen können. Wie viel Energie haben wir denn jetzt dadurch verloren? 21 von? 22. Einen haben wir verloren. Also alle paar Sekunden wahrscheinlich. F1 vor help. Warum ist das jetzt da am Stehen? So, dann würde ich sagen, wir legen uns mal schlafen. Und damit beenden wir den ersten Tag. Ah, thank you, my dear. You find yourself a warm spot near the fireplace and fall asleep on the rug. Ah, schön hier bei so einem knisternd Feuer kann man auch schön einschlafen. Hoch, kommt denn jetzt? Ich will schlafen. Cheeseburger, bitte. Aber sicher. Thank you. Meanwhile. Tom de Dom. Zack McGregor. Meanwhile. What are you doing here? What? He has seen through our cunning hiding place. Now we must kill him. Aw. Hmph. Is that so? My mighty sword can fell a tree in a single stroke. When I charge into battle, I kill three men with every cut of my blade and two more with my heavy shield. I have fought a dragon, cut off its claws and made it eat its own tail. I am Sigurd, son of Sigmund, and I fear no troll. He talks big for a human. This shall be fun. No dish, human. We punch through mountains with the swing of our fist. We have wrestled with the great Jormungand and tied him in a knot. We scare away kittens by smiling at them. What was that? A mighty boast. Oh, yes. You do not impress anyone by talking about puny kittens. We can chase off small children. Shut up. Now the human will laugh at us. But we can still kill him. Yes. For this is the human we seek. The one who has the left eye. The master shall be pleased with us again. Are you going to talk to yourself all night? Do not be impatient, puny human. We shall kill you now and take the left eye from your bleeding corpse. Oh, yes. Das war ja fast schon wie ein ein Duell gewesen. Da hätten sie abwechslend sich so angeschimpft. Wie bei manche Eilen. You woke up the next morning feeling refreshed but distraught about your vision like dream about the trial. Hm. Also sind wir von den Göttern sehr wahrscheinlich eine Vision bekommen was da passiert ist. Wir sollten uns mal auf die Suche nach dem machen. Vigorn. Ja, aber ich würde sagen das machen wir beim nächsten Mal. Bis demnächst. Euer Chojin.